Tja, Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Replay of the Week. Den Namen des heutigen Spielers möchte ich einfach mal abkürzen mit Marzal. Keine Ahnung, ist mir auch viel zu lang. Von den Rebels und in seinem LTTB ist er auf Windsturm unterwegs. Und ich kann euch garantieren, es lohnt sich mal dran zu bleiben und rein zu gucken, wie der junge Mann das hier gespielt hat. Viel Spaß. Gut, wie immer gucke ich mir mit euch das Replay zum ersten Mal gemeinsam an. Deshalb weiß ich noch nicht genau, was passiert. Die Zahlen sprechen aber mal wieder für sich. Okay, er spielt den LTTB mit Feuerlöscher. Es gibt einige Leute, die spielen nicht mit Feuerlöscher, sondern halt mit den Rationen. Um da einfach nochmal so ein bisschen das Extra-Quändchen rauszudrücken. Vom Matchmaking her sieht das eigentlich ganz solide aus. Es gibt zwar Level 9er, was ein bisschen schade ist für ihn, aber es gibt auch zwei Arties auf jeder Seite. Das bedeutet, er kann natürlich auch für sein eigenes Team ganz gut den Spotter spielen. Und der LTTB hat ja für einen Light Tank eine extrem geile Gun. Wo fährt der denn hin? Das ist aber sehr aggressiv hier an der Stelle. Oh, da wird ein bisschen mit der Handbremse gearbeitet. Okay, hier ist gar nichts. Absolut gar nichts. Da haben wir endlich einen ersten Gegner, den M103. Muss er natürlich versuchen. Ach, der beachtet ihn gar nicht. Er beachtet ihn gar nicht. Problem allerdings an der Gun vom LTTB ist, es gibt keine Gun Depression. Also wirklich keine. Ich glaube, er liegt bei gefühltem 0%. Also sobald ein Gegner unter euch ist, wird es extrem schwer für den LTTB da noch den gegnerischen Panzer anzuvisieren. Und deshalb konnte er da jetzt auch gerade keinen Schuss mehr auf den M103 abgeben. Und nein, dieses Haus kannst du nicht kaputt fahren, lieber Mar. Oder ich weiß nicht, vielleicht wollte er ja auch nur gucken, ob er den Proxy spotten kann. Den M103. Oh, da ist er. Meine Güte, das ist mir, das ist hektisch. Da wird mir ja schlecht beim Zugucken. Fahr doch mal geradeaus und guck mal geradeaus. Das ist ja schlimm. Wow. Also er geht hier echt mit rein in den Infight. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist ja die typische Light Tank Position eigentlich da außen. Aber der Mar, der entscheidet sich dazu, hier doch lieber in den Infight zu gehen. Und hier zu versuchen auszunutzen, dass die Gegner sich um mehrere Fahrzeuge gleichzeitig kümmern müssen. Und kriegt hier drei schöne Treffer zumindest erstmal unter. Da haben wir auch den vierten Treffer. Sauber. Ja, und der M103 weiß halt nicht so genau mehr, auf wen er schießen soll. Oh mein Gott. Jetzt circling, circling, circling. Yes. Da kommt der nicht mit der M103. Sauber gemacht. Das war richtig gut gemacht hier von Mar1234567891. Ah, da ist er im richtigen Augenblick noch losgefahren, um den M103 zu circlen. Sonst hätte das ziemlich schnell schief gehen können. Ah, geht er sich jetzt die Aris snacken? Schön ein bisschen Artis knuspern. Oder halt doch wieder da hinten zum 112er und dem Jagdtiger. Ah, schwere Entscheidung. Er entscheidet sich jetzt doch dazu hier in den Infight wieder zu gehen und den 112er da unter Beschuss zu nehmen, denke ich mal. Boah, das ist aber riskant, was er da spielt. Ah, schöner Treffer. Fährt einfach direkt vorbei und geht weiter auf den Jagdtiger. Also er spielt hier wirklich einen sehr, sehr wilden Stil mit dem LTTB. Er nutzt quasi einfach die Geschwindigkeit des LTTBs hier aus, um in die Infights zu kommen. Wo er sieht, dass da Gegner miteinander beschäftigt sind, sodass er von hinten quasi unbemerkt oder unbeachtet sozusagen sein Damage anbringen kann. Das ist eine sehr aggressive Spielart für einen Light-Tag, aber es funktioniert halt sehr gut, solange man wirklich sich die richtigen Spots raussucht und der Gegner halt auch nicht sagt, okay, der geht mir jetzt auf den Sack, ich drehe mich jetzt um und erschieße den, ja. Sowas kann natürlich auch immer passieren, dass die Gegner dann ihr übliches Fokusziel einfach rauslassen und dann sich zu euch umdrehen und doch auf euch raufgehen. Aber ansonsten ist diese Taktik, die M.M.A. hier fährt, ist halt sehr, sehr effektiv, wenn der Gegner das halt nicht tut. Dann kommt ihr halt... Okay, der ging nicht rein, komisches Ding. Oh, das waren jetzt zwei Schuss für die Katz. Nimmt jetzt hier doch den T-34-1. Ja, komm schon, den kriegst du. Oh, Low-Roll, so ein Pech. Pech gehabt hier an der Stelle. Schön gemacht. Sehr schön gemacht hier. Hat er sich den T-34-1 rausgesnipet. Und hier muss er natürlich jetzt vorsichtig sein. Hier sind drei Medium-Tanks. Die sind schnell, die sind flexibel. Die kann er nicht so einfach circlen und ausmanövrieren. Da muss er jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Hat aber wieder den richtigen Spot gefunden, wo der Indien-Panzer quasi gerade geschossen hatte. Oh, 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 oh. Jetzt hat er eine kassiert. Oh, abgefackelt. Ah, aber das ist direkt gelöscht. Schade. Trotzdem wieder ein schöner Treffer gewesen. Und man sieht auch sehr schön, wie der Mar hier versucht, mit der Sicht zu spielen. Und quasi versucht zu sehen, ah, wo zählt der Indien-Panzer hin? Kann ich jetzt eventuell was machen? Zählt der woanders hin? Kann ich um die Ecke kommen und ihm eine geben? Oder halt auch nicht. Das macht er sehr, sehr gut und er macht das hier ohne Zoom-Out. Also das ist hier alles mit dem ganz normalen Zoom möglich, den jeder wirklich hat. Oh, er hat wieder eine kassiert. Jetzt ist er leider ein One-Shot. Und da ist der nächste Gegner, der T-44 oder der CDC. Der CDC beachtet ihn halt wieder nicht. Ah, da könnt ihr glatt mal auf HE umladen für den CDC. Es ist ganz schön viel Extraschaden, den man da mit HE macht. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist halt ein Unterschied von 120 Punkten im Schaden zwischen HE und der normalen Munition. Und gerade gegen den CDC geht das eigentlich sehr gut. Nichtsdestotrotz hat er ihn sich rausgenommen. Fünfter Kill hier für Mar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Und er hat noch 16 Schuss übrig. Wobei ich sagen muss, ich bin ja ein großer Befürworter von HE-Munition. Aber 7 ist ja wirklich viel. Das ist ja wirklich, wirklich viel. 5 hätte ich jetzt noch gesagt, okay. Aber 7? So viel Artie oder offene TDs kann es dann meistens doch nicht geben in einem Game. Er hat jetzt hier auch nur noch APCR zum Schießen auf den T-44. Und die eigene Base wird gecappt, allerdings nur von einem. Das heißt, er hat noch relativ lange Zeit, um da zu reagieren. Entscheidet sich trotzdem ziemlich schnell dazu, zurückzufahren, anstatt den T-44 da unter Beschuss zu nehmen. Oh mein Gott, nicht durchs Wasser. Nicht durchs Wasser. Durchs Wasser ist übel. Durchs Wasser. Oh, der geht. Der Super Pershing schießt daneben. Ich fasse es nicht. Der Super Pershing schießt tatsächlich daneben. Und er kommt hier nochmal durchs Wasser durch. Ah, und jetzt hat der Jagdpanther natürlich freies Spiel von hinten. Das heißt, der Super Pershing kann jetzt entweder sich umdrehen. Was machst du, Ma? Eie, das ist doch ein Bot. Also der Super Pershing ist halt entweder super schlecht oder ein Super Bot. Weil der macht ja gar nichts. Wo sind die Gegner? Nichtsdestotrotz hat Ma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 hier wieder den Kill bekommen. Und jetzt würde ich doch gerne sehen, dass er dann halt auch mal auf HE umlädt. Denn er hat einen Decap-Schuss anzubringen. Jawohl, er lädt auf HE. Und es ist ein Rheinmetall, wo man mit HE einfach nochmal extra Damage machen kann. Und ich glaube, du solltest dir nicht zu viel Zeit lassen. Ah, von wo fährt man das jetzt an? Von hier ist super. Da hat er quasi Highdown. Ah, okay. Rheinmetall hat gesnappt. Das war natürlich ein großer Fehler vom Rheinmetall. Und das Auto-Aim gegen den Rheinmetall muss man sich auch nicht geben. Genau, so ist besser. So ist das richtig. Und damit ist das Ding auf jeden Fall gewonnen. Boah, macht der Damage mit HE. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ja? Diese 300er-Roll im Gegensatz zu einem 180er. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also HE mitnehmen, Jungs. Das sieht ja nach einem ganz soliden Gefecht aus, würde ich mal behaupten. Meister-Abzeichen, 6.600 Erfahrungspunkte, Verteidiger, Großkaliber und die Top Gun gab es noch oben drauf. Und insgesamt waren das 6.000 Schaden im Sima Light Tank. 2.229 Basis-Erfahrung. Und zwar, weil von den 6.000 Damage fast alles im Nahkampf war. Übelste Sache. Und das kann passieren, wenn man halt mit einem Light Tank so aggressiv fährt, wie es der gute MAH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 hier getan hat. Sich versucht, die richtigen Spots rauszusuchen, immer dann dort eingreifen, wenn sich Panzer gegenseitig schon bekämpfen, weil dann hat man die Chance, von hinten unbeachtet reinzufahren und dann den Damage unterzubringen. Und da ist der LTTB mit seiner Gun einfach wirklich brutal. Mega Hammer-Runde. MAH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Bitte beim nächsten Mal umbenennen, bevor du mir ein Replay schickst. Ansonsten gibt es eine von links und von rechts. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es hier weitergeht, bei Replay of the Week. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute und bye-bye.